Willkommen bei MyConnect in Wetziken. Wir sind bereits seit 18 Jahren hier an der Zürcher Strasse 27. Hier im Swisscom World Corner zeigen wir euch gerne die neuesten Handy. Hier in unserem Backoffice haben wir auch unsere Reparaturstelle, wo wir seit neuestem Huawei, Samsung und iPhone reparieren. Hier sehen Sie gerade unseren Techniker an der Arbeit. Wenn Sie sich anmelden, können Sie auch darauf warten. Akku reparieren, Display ersetzen, das lohnt sich. Sobald Sie sich bei uns melden, können wir Ihnen sagen, was eine Reparatur von Ihrem Smartphone würde kosten. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020